Weißt du noch, wie du damals das allererste Mal vor deinem Auto standest, dir dachtest, boah, verdammt nochmal den will ich. Kannst du dich erinnern, welche Gefühle in dir hochgekommen sind, als du das erste Mal eingestiegen bist, als du das erste Mal das Pedal durchgetreten hast? Vergiss niemals, wie sehr du dieses Auto wolltest. Vergiss niemals, welche Gefühle es in dir hervorgerufen hat, beziehungsweise was es in dir auslöste, weswegen du dich zum Kauf entschieden hast. Wenn etwas kaputt geht, repariere es. Wenn etwas nicht funktioniert, suche den Fehler und bring es in Ordnung. Schmeiß es nicht weg. Erinnere dich, was du bereit warst zu tun. Und übrigens, mal so am Rande. Das zählt nicht nur für Autos.